hallo ihr lieben schön dass ihr wieder dabei seid bei meinem neuen video ja ich wollte euch meine gesammelten einkäufe der letzten zwei wochen zeigen ich habe jetzt relativ viel von dem was ich haben wollte bekommen und mehr für euch trage ich heute aus der liquid suede reihe von nyx den wunderschönen brooklyn thorn eine meiner absoluten lieblingsfarben so ein schönes mauve braun grau irgendwas ja und wir starten mit ein bisschen sommerkram zum beispiel habe ich mir geholt das neue balea wasserspray kokos pure erfrischung für gesicht und körper erfrischung und wir haben nur 16 grad draußen also erfrischung ist gerade eigentlich gar nicht notwendig aber geht immer vor allem der kokos duft ist schön leicht nicht zu künstlich also nicht zu süß künstlich der ist sehr lecker ich mag den sehr gerne also wer kokos duft mag kann ich nur empfehlen kauf ich mir immer nach den zarten reinigungsschaum mit lotusblüten extrakt für normal und mir schaut auch von balea ja ist ein must have für mich ich mag den blauen am liebsten der grüne geht gar nicht und der rosane brennt bei mir und deswegen immer der blaue schön zum abschminken der reste unter der dusche also ich mache erst mit einem kosmetiktuch also mit einem hier mit einem reinigungstuch das grobe weg und dann mit dem noch mal drüber und wenn dann noch mal was dran sein sollte dann noch mal mit mit zellen wasser hinterher aber normalerweise kriegt der schon alles weg und brennt nicht und ist dann aus der neuen limited edition mit diesen schicken vögelchen drauf da gab es ja auch duschgel aber wir haben ja duschgel verbot wir alle zusammen quasi ich habe bei vielen haben mir geschrieben dass sie selber auch so viel duschgel haben wie ich und wir brauchen also wenn die apokalypse kommt wir haben wenigstens duschgel also die welt wird untergehen vielleicht aber wir haben auf jeden fall noch duschgel zu hause deswegen das duschgel hat mich eh nicht so angesprochen beide sorten nicht gott sei dank deswegen habe ich mir das rasiergel peppiger papagei mit nektarin und kaktusfeigenduft mitgenommen ich weiß zwar nicht wie es riecht aber ja rasiergel habe ich glaube ich nur ein oder zwei stück stehen und da dachte ich mir das nehme ich dann wenigstens mal mit es ist geschummelt oder so das war es auch schon mit pflege mehr pflege darf es bei mir gar nicht sein weil ich habe auch noch die schränke voll ich war gerade beim sport also ich habe vorher noch mal im dm und dann war ich beim sport und ich hatte ein bisschen früher feierabend gemacht und es war recht ruhig so als ich so eine halbe stunde da war wurde es dann ein bisschen voller was ging und es ist krass also ich war ja sonst dreimal die woche da zwei bis drei mal die woche und die kannten mich alle und das war für die ok ich bin ja tätowiert naja überall und also überall an den armen und so also die haut die man sieht ist quasi tätowiert vorne auch im dekolleté auch dekolliert tätowiert und heute waren die echt irritiert von mir also wie sieht sie aus und ich dachte so junge wie siehst du aus ist mir egal guck woanders hin aber da muss ich mich wahrscheinlich auch erst wieder dran gewöhnen weil das die mal gucken ist normal so aber heute fand ich es irgendwie aber heute waren auch viele jüngere da also ich glaube wenn ich später gehe sind nicht so viele jüngere da und die älteren sind das mehr gewohnt eine tätowierte frau zu sehen als jüngere also jüngere im sinne von 16 bis 21 und ältere dann so ab mitte 20 aufwärts die sind da nicht so die die also die glotzen nicht so nicht dass sie gaffen oder so aber sie weiß ich gar nicht keine ahnung so dann hatte ich ergattert aus der ebelin le zwei pinsel und zwar gibt es in dieser pinsel le noch einen kosmetik beauty blender in form eines makarons benutze ich nicht ein fächer pinsel da habe ich echt kurz überlegt aber dadurch dass ich die fächer pinsel die ich habe so gut wie nie benutze weil ich immer finde die nehmen zu wenig produkt auf das ist mir dann zu natürlich das ergebnis brauche ich mir jetzt nicht noch einen zu kaufen den ich dann nicht benutze also und dann gab es noch so eine puderkasse an so einem stiel das habe ich nicht verstanden ist da aus wie ein lolly aber ich habe das prinzip nicht verstanden vielleicht bin ich auch zu doof ich habe mir also diese zwei hier gekauft weil ich die pinsel aus ebelin le mega gut finde das war auch eine ebelin le mit diesem rose gold die die sind super geil ich glaube das ist auch der blush brush oder wo ist denn mein anderer ebelino 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 to you ich habe noch andere von den ebelin aber ich habe pinsel aussortiert habe ich den aussortiert also der ist auf jeden fall mega weil der so schön fest ist und so und ich hoffe jetzt dass er hier mit diesem wunderschönen blau rosa verlauf oh ja der ist auch schön fest gebunden und nicht so nicht so wabbelig und der ist auch schön schmal das heißt für kleinere gesichter kann man da auch kleiner und für mich dies großflächiger mark so ordentlich mit auflegen sehr sehr gut guter erster eindruck das könnte ein favorit werden ja ja ich überlege gerade das wurde jetzt gerade ein bisschen mit dem mit dem ebelin pinsel was ich habe aus der le haha 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 also dann habe ich den puder pinsel und den anderen russ pinsel der war aber nicht angeschregt der aus der jetzigen le der ist angeschregt genau das war der aus der vorherigen le und das ist der aus der jetzigen verlieren keine haare nerven nicht rum die pinsel sind super könnt ihr euch von mir eine unten eingeschränkte kaufe empfehlung für die ebelin le pinsel also wenn ihr da auf meine meinung wert lebt dann ich sag du kannst mitnehmen ist ja auch nicht so teuer also von daher und dann haben wir hier noch den highlighter und kontur pinsel also die sagen das kann man zum highlighter und zum kontur puder auftragen nutzen finde ich spannend weil die größe finde ich spannend ja hier steht auch im inneren augenwinkel ja also die kann man in seinen inneren augenwinkel tun aber was für ein monster highlight wenn man sich da rein setzen also das sehe ich jetzt nicht so also ich sehe das eher für hier so oder zum konturieren ist ja auch schön übrigens habe ich heute ein das augenmake-up gemacht oh nein oh bitte betet 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 eins meiner neuen schätzchen ist mir gerade untergefallen mir ist kurz das herz schlingel blieben also das amur habe ich mir geschminkt mit den farben aus meinem mac fruity juicy blush das oh my passion blush aus dieser wunderschönen mac le ich bin ja wieder sowas von macaholic ich bin wieder so mac verfallen ich darf mir gar keine videos angucken von leuten die mac produkte haben weil ich dann denke das will ja auch alles alles ist ja nicht so dass ich einen schrank voll habe aber mac ist irgendwie so mac war immer so und mac konnte ich mir nie leisten und jetzt jetzt habe ich irgendwie gerade so ein bisschen das bedürfnis da was nachzuholen irgendwie und mit diesem schönen blush und mit der idee hat mich nadine vom kanal moldavid angefixt ganz liebe grüße an dieser stelle habe ich mir mein armhäude geschminkt ich habe mir den braunen ton wo ist mein finger da den braunen ton hier in die lidfalte gesetzt und dann mit dem rosa und dem rot wie das lied und mit dem gelben mit highlighterton den innenwinkel und unterm auge auch noch ein bisschen mit dem rot und es ist ein sehr natürliches ergebnis klar die pigmentierung ist bei einem blush gesichtspuder natürlich nicht so hoch wie bei einem bei einem lidschatten also musste sehr oft reingehen ich musste sehr viel auflegen blenden auflegen blenden auflegen bis es überhaupt die intensität hatte die es jetzt hat aber ich muss ganz ehrlich sagen ich liebe das ding ich liebe das also auch fürs gesicht man sieht auch dass sich die prägung bei mir schon so ein bisschen abgenutzt hat hier so und da ich liebe den also ich war versucht mir ein backup zu kaufen aber ich habe es gelassen weil ich mir so dachte da sind acht gramm drin die aufzubrauchen wird eine harte nuss und du hast noch so viele andere schöne mech schätze und ich habe auch noch mal bestellt weil die haben ja noch 20 prozent dann gibt es halt keine richtigen klamotten nur flummer klamotten diesen monat das ist auch okay man muss halt prioritäten setzen naja also macht euch keine sorgen mich ich werde es überleben so zurück zum ebelin highlighter pinsel der ist auch sehr festgebunden also nichts für sehr stark pigmentierte sachen also dann eher eher dann leicht pigmentierte sachen nehmen wie zum beispiel mein safari bronzer aus der letztjährigen p2 sommer le der hat auch schon kaum noch profil ich gehe da mal rein ja das macht das macht schon unterschied ob man da jetzt ein fest gepressten ist gepresst festgebundenen winsel nimmt oder was nicht so festgebunden ist also da ist schon deutlich mehr farbabgabe dann da also den mit vorsicht genießen und er bei produkten benutzen die vielleicht nicht so gut pigmentiert sind oder die die farbabgabe nicht so stark haben da kann man den bestimmt super nehmen also auch für highlighter die vielleicht nicht ganz so die man immer schichten muss da kann man dann sowas echt mega gut benutzen finde ich einen coolen pinsel und dann froh dass ich ihn mir gegönnt habe so dann war ich ja habe ich die tropicalize le von trend it up entdeckt und musste mir dieses trio hier mitnehmen warum weiß ich nicht habe fünf stück solcher trios aber dieser dieser bluschton ist so schön kühl und irgendwie habe ich mich verliebt und ich dachte so okay komm mit und der highlighter hammer trend it up hat so ein bisschen mit gold stichigen relativ dunklen highlightern der bronzer schimmert auch nicht ganz so stark wie der highlighter aber ich finde trend it up hat so ein bisschen mit gold stichigen relativ dunklen highlightern ab schafft es bei den le highlighter produkten nicht immer unbedingt was für helle haut dazu zu bringen also dazu zu tun bisher in das sortiment der 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 le gott ich habe ein bisschen hunger merkt man das naja aber diese farben fand ich halt sehr schön und alles andere in der le hat mich nicht angesprochen deswegen dieses schätzchen und ich finde den namen tropicalize auch so schön tropicalize bluschen scheint trio in der 20 verzeiht mir das ist das wochenende ich bin gut drauf ich war gerade beim sport ich habe ein bisschen muskelkrater und alles zusammen macht das dann jetzt aus mir morgen ist flohmarkt betet alle dass das wetter gut wird dass es hält dass es nicht regnet weil wenn es regnet gehe ich nicht weil dann ist da keiner oder nur ich oder nur ich und lu oder ne ich und lu und mich also mein freund naja dann bin ich an einem aufsteller vorbei den ich eigentlich schon im kopf abgehakt hatte aber die liebe nelly cupcake hier auf youtube und auf instagram hat mich angefixt das ist original ihre schuld dass ich mir den gekauft habe weil ich hatte den schon abgehakt für mich weil ich so dachte blush pearls nee i want i want it all ja ach nee und die funktionieren ja nie und du benutzt sie ja nicht und was willst du damit aber es sind lollis drauf und sie heißt i want candy und es soll ja nach was riechen und es riecht irgendwie aber eher nach brausepulver als nach chupa chups und so sehen die dann aus die haben und das hat sie auch gesagt und deswegen habe ich mir die auch gekauft die haben einen wunderschönen schienen so also so ein bisschen fast wie holographisch das wird man jetzt wahrscheinlich in der kamera nicht sehen oder aber so perlmuttig perlmuttig duochromig wisst ihr was ich meine voll schön das ist auch so ein eingecremt look wie die wie die blushes von alverde und ähm ja also diese glycerin haltigen blushes dass es eben so so saftig frisch aussieht Nelly Cupcake ahhhh sie hat mich angefixt aber ich bin da doch ganz froh weil ich hätte mich glaube ich geärgert hätte ich das im nachhinein herausgefunden ja gut und ähm den fand sie glaube ich auch ganz gut den blush brush und ähm ich dachte auch so das brauchst du nicht du hast so viele pinsel ich habe gerade das wieder aussortiert damit ich an die die ich hier stehen habe überhaupt rankomme aber dieser essence i want candy ähm blush brush mit diesen pinken härchen und der ist auch nicht zu fest gebunden aber auch nicht so wabbelig weich gebunden und der fühlt sich wunderschön an auf dem gesicht den kann ich mir auch vorstellen um einfach nur fallout weg zu wischen aber für blush ist der auch super und der ist einfach so hübsch und es sind bonbons drauf nein lolis sind drauf Gott ich habe echt hunger ne und es sind lolis drauf und er ist so niedlich und ich bin ein mädchen und er ist pink und ich war so gut ich habe den dreimal stehen gelassen also sowohl die blush pearls als auch den pinsel dreimal ja was muss das muss ne manchmal guck mal nicht raus aus seiner haut dann bohemian bronze ihr müsst jetzt ganz stark sein weil ich werde die over sprays zerstören ba ba ich habe mir beide bronzer gekauft jeweils in der 10 sun kiss und in der 20 sun tant weil ich bin erstens sammler von bronzern zweitens liebe ich den aus der letzten le so sehr ja und ich hätte mir die zweite farbe mitnehmen sollen weil ich mag momentan einfach lieber eine etwas stärkere kontur und das ist halt die 10 african dream und ich hätte gerne die andere farbe noch gehabt wenn man halt lieber ein bisschen mehr kontur möchte oder halt den 10er für den winter und den 20er für den sommer ich bin ein verpackungsopfer auch ja also ihr lieben ich meine ihr müsstet das glaube ich nachvollziehen können und allein dieser palmwedel print und dieses over spray und der name bohemian habe ich bohemian bronze gesagt ich bin ein verdammter profi bohemian tropics sorry also die le heißt bohemian tropics wie komme ich denn auf bohemian bronze ist das nicht die le von alverde gerade heißt die nicht so oder bohemian breeze also irgendwas ist los mit bohemian gerade und aber das ist bohemian tropics die nächste p2 le die kommt die kann entweder kommt die parallel oder ein bisschen später die hat so wassertropfen optik die heißt beyond blue oder blue beyond oder so naja die soll auch ganz schön sein vom design her mit so wassertropfen und so voll cool so also sun kist meine nägel passen gut dazu ne lülülü ich will es jetzt nicht komplett abmachen weil ich möchte das gold noch für augen make up benutzen aber hier so an der seite ja das ist jetzt sehr gold vom over spray ja das ist dann natürlich das ist dann eher matt glaube ich samtlich zarte puder strahlendes finish ohne zu beschweren ja es könnte ein leichter glanz drin sein muss man dann mal gucken wenn das over spray komplett weg ist die sind ein bisschen gelbstichig die bronzer also der hier der hellere ist ein bisschen gelbstichig den wird man auf meiner haut wahrscheinlich auch gar nicht so stark wahrnehmen muss ich gucken da war der suntastic face bronzer aus der beauty girl safari deutlich dunkler wenn ihr das mal so vergleicht und der der in den adern das gold das war auch so schön ich habe echt hunger ne tut mir leid ist noch high und geht auch noch zu sehr gut also bohemian tropics nummer 1 jetzt hat sich mein stuhl verschoben die welt ne die welt mag mich heute nicht doch ein bisschen summer of love bronzing powder 20 suntand frischen finger nehmen frischen finger nehmen und der matte der matte teil dieses browsers finde ich sehr gut finde ich echt sehr gut der ist quasi eher wie der hier ja guck mal das ist eine ähnliche farb von mir ich dachte der wäre noch ein bisschen dunkler weil jetzt habe ich ja quasi zweimal diesen ton und einmal noch einen helleren ist auch schön und ganz viel goldes overspray habe ich auch noch ich freue mich ich freue mich so sehr dass ich die beiden vor allen Dingen gefunden habe weil luci vom kanal und von grundfunk war in kiel jagen und sie sagt die jäger waren schon los und es war der letzte in dem aufsteller und ich hatte glück in meinem kleinort dm wurde die le gestern aufgebaut oder heute und in meinem wo immer alles abgegrabbelt ist da wurde heute die neue trend it up le aufgebaut und die neue genau und die bohemian tropics aber der ist immer so schnell ausverkauft also die sachen die gejagt sind die werden da immer hart gejagt aber ich könnte mir gut vorstellen weil das glaube ich eine langzeit le ist dass das wieder aufgefüllt wird die kalib vibes ist ja auch nicht so gut weggegangen oder wurde aufgefüllt wer weiß es aber ich habe da noch ganz viele volle aufsteller gesehen am Donnerstag Nein Freitag 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 gestern ja genau und jetzt kommen wir zu dem Body Bronzer den Body Bronzer habe ich aus der anderen LE mir auch geholt hier ich liebe diese großen Body Bronzer ich liebe sie ich habe den nicht so viel benutzt aber ein bisschen wie ihr sehen könnt in der Mitte ist eine kleine Delle drin der riecht leider nicht ich habe den die haben beide 18 Gramm ist quasi dieselbe Größe und optisch finde ich beide sehr schön gut der hat jetzt noch das Overspray aber das Orange war nicht so geil da ist dieses goldene schöner aber den mochte ich sehr gerne und auch hier ist wieder ein Overspray drauf ta 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 la 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 und äh ja das ist jetzt auf meinem Finger das Overspray ich kann mir ja einfach mal ein bisschen mein Body bronzen ne hier ich bronze mein Reekids geil und dieses Puder das ist so unfassbar weich und butterweich wirklich butterweich sind die alle drei aber der ist am butterigsten und die eigentliche Body Bronzer Farbe ist dann so ein schönes warmes braun beige das ist so eine Farbe die ich auch gerne als Hautfarbe hätte jetzt kommst du ein bisschen gelbstichiger rüber gelbstichiger rüber als es in echt aussieht aber es ist so ein schöner leichter beige Ton also wenn ich mir eine Hautfarbe wünschen dürfte dann hätte ich gerne so ein beige so ein beige oliv na gut weiß mit roten Punkten und blauen Adern ist auch schön aber sag ich ja nur falls falls es die Option gibt sich was zu wünschen für die nächste Runde auf dieser schönen Welt das wäre sowas was mir auch gut gefallen würde dann im Sale bei Rossmann dann habe ich tatsächlich noch meine Augenbrauenpomade nochmal bekommen für eine Mark 99 mit Haar dran nein das war ich jetzt mit diesem vorschönen Pinsel den ich nicht benutze und dieser schönen Anleitung wie man seine Augenbrauen am besten malen sollte vorzugsweise mit künstlichen Wimpern und aufgespritzten Lippen aber mein aus der Sweet Stories Augenbrauenpomade diese dunkelbraune die ich täglich benutze und wenn ihr dunkle Haare habt empfehle ich euch die wärmstens ich trage die heute seit heute morgen um viertel nach sechs ich war damit beim Sport ich war damit auf der Arbeit seht ihr meine verwirrte Augenbraue seht ihr dass da kaum was am Finger ist so ich habe die nicht abgepudert ich habe heute morgen nicht abgepudert wenn ihr die abpudert ist die noch noch wischfester also dann geht gar nichts ab so und jetzt sag mir mal dass diese Augenbrauenpomade nicht geil ist für 3,50 Euro im Original war die schon Porno und für 2 Euro ist die der Hammer ich liebe mein Backup ich war so froh als ich in dem Grabbelkörbchen meine Augenbrauenpomade liegen sah ich dachte nur so Hallo Schatzi komm was liegst du denn da rum Mama nimmt dich schnell mit damit sie dich dann noch weiter benutzen kann wenn sie dieses keine Ahnung wie viel Gramm Monster jemals aufgebraucht hat dann braucht sie sich nämlich keine teure zu kaufen so und jetzt kommen wir zu den 2 Schätzchen die ich mir gegönnt habe weil ich rausgefunden habe dass MAC Cosmetics je nachdem da scheint es einen Zufallsgenerator zu geben selbst wenn du ein Kundenprofil hast und schon mal da bezahlt hast scheint es da einen Zufallsgenerator zu geben wie du bezahlen kannst ich konnte jetzt auf Rechnung bezahlen in der zweiten Bestellung habe ich mit Bankeinzug bezahlt ganz klassisch Rechnung ganz klassisch Bankeinzug ich würde da anrufen eine Mail schreiben wenn ihr da immer nur Kreditkarte und Sofortüberweisung kriegt MAC Cosmetics.de hat bis 2.7. 20% auf alles MAC Cosmetics.de ist in der Regel so 1€ günstiger als die MAC Produkte bei Douglas was mir aber nur aufgefallen ist weil ich in meinem Warenkorb bei Douglas dieselbe Bestellung hatte wie bei MAC Cosmetics und festgestellt habe dass ich bei Douglas 20% kriege und bei MAC auch aber bei MAC kriege ich immer ein Free Sample in diesem Fall habe ich mir eine Mascara mitbestellt wo ist die? da? nein da hier die MAC Fall Slash Extreme Black die gab es gratis dazu zu dieser Bestellung und zu meiner jetzigen habe ich mir auch wieder eine Mascara mitbestellt die Extreme Dimension keine Ahnung was Mascara von MAC und bei Douglas gab es nichts alles was bei Frau Shopping.de auf der Seite angezeigt wurde was Douglas Gratis Beigaben anging war schon vergriffen und mein Geschenk weil ich einen Warenkorb über 75€ hatte wurde mir auch nicht angezeigt das heißt ich hätte nichts bekommen außer zwei Duftproben für meinen Freund weil alle anderen Proben die da sind finde ich meistens uninteressant also habe ich bei MAC Cosmetics geguckt und sehe so dass das fast 4€ weniger waren als bei Douglas da kosten die Sachen bei Douglas alle ungefähr 1€ mehr als bei MAC Cosmetics.de ey Douglas dein Ernst geht gar nicht ich dachte das sind feste Preise also es gibt ja Marken wo das ein bisschen variiert aber es gibt Dinger wo man so denkt ja das ist der Preis und den bezahle ich dann und MAC so ja und Douglas so ach komm hauen wir auf die Mineralized Skin Finish Blushes mal noch 1€ drauf nein egal die zwei habe ich mir bei MAC bestellt es ist LE und es sind wunderschöne Produkte und ich liebe sie und ich trage dieses Miss Min Blush heute auf meinen Wangen und ich war damit beim Sport und ich grabbele mir im Gesicht rum und das hält bis ich es abschminke das ist bei allen MAC Produkten so und ich liebe sie ich liebe MAC diese also mir hat ja die Liebe Milena als ich in Wien war ihre aussortierten MAC Schätze geschenkt und ich liebe die Milena immer noch so doll ne zum Beispiel das hier aus einer LE Sweet Sentiment ich liebe den so doll ne so doll ich trage die so gerne und so oft und ich habe auch einmal geschenkt bekommen diesen wunderschönen Light Over Dark von Nadine weil sie da mit nicht zurecht gekommen ist und ich liebe die so doll und ich kann ohne MAC also das ist meine momentane MAC Sammlung nichts gegen den Rest meiner Schminksammlung ich weiß und ich weiß dass ich auch nie wieder mir einen Blush kaufen müsste weil ich keinen brauche und keinen Highlighter und Kontropode sowieso nicht und gar nichts aber diese runden Döschen diese Verpackung diese Pigmentierung dieses dieses ähm diese spezielle Formulierung die die haben ich liebe diese Sachen einfach und ich möchte mir das gönnen und ich bin jetzt ein großes Mädchen und dann große Mädchen die dürfen sich auch MAC kaufen aber ich definitiv werde ich jetzt erst mal ein bisschen auf die Bremse treten weil ja ich habe so viele schöne Sachen und die werden ja auch nicht schöner wenn man sich mehr dazu kauft dieses Miss Min for MAC Blush hat eine Metallverpackung ist relativ schwer beinhaltet Gott sei Dank 12 Gramm und beinhaltet dieses wunderschöne Face Powder wie sie es nennen ich nenne es Blush hier könnt ihr noch den Rest vom Overspray erkennen das ist ohne Overspray und das Witzige ist ich war auf auf der rechten Seite von meinem Blush mehr in dem Pinkton und dann hier mehr in dem roten und heute Morgen sagen wir das noch mehr dass es zwei unterschiedliche Farben waren äh ich hatte voll ich war Too Blushed Faced Face Too Blushed Face ach ihr wisst schon was ich meine ich hatte quasi zwei unterschiedliche Blush Farben im Gesicht das war schon hart witzig irgendwie schon ja so hier habt ihr die einzelnen den Highlighter den roten und den pinken und gemischt ergeben sie diesen wunderschönen Blush Ton der nicht wunderschön wenn ich jetzt ehrlich bin ähnlich zu dem vom Farbspektrum her wo man es nicht glauben würde ne also wenn wenn ihr also wartet bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede natürlich von Haltbarkeit und vom Haltbarkeit braucht man gar nicht zu reden ob das gleich lang hält ja gut es ist ein bisschen rötlicher aber vom Typos her hier ist der hier das das hier ist der Essence der pinke und der rötlichere ist der Miss Men von MAC aber vom Typos her von diesem von diesem Sheen her sind die sich schon ähnlich also falls ihr die auch abgeschrieben hattet wie ich vielleicht nochmal angucken super schönes Teil ich bin total verliebt mein Akku hat noch einen Strich Justine Sky LE Iridescent Face Powder Wuuuuh ihr wisst dass das mein Ding ist ne ihr wisst es ich weiß es Justine wusste es auch als sie das designt hat dass das einfach für mich gemacht ist ist ein irisierendes Gesichtspuder als Blushtopper als Lidschatten benutzbar ist er noch da hier so und die Kamera kann es nicht einfahren das war so klar auf meinem Fingerchen seht ihr dann die Compressed Variante macht einen wunderschönen Sheen gibt es noch im Mac Store in dem Mac Cos äh im Mac Cosmetics Online Shop beide gibt es noch im Mac Cosmetics Online Shop die Verpackung glitzert ganz doll ich sag ganz 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 vielen Dank fürs Gucken ich hoffe das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und tausend Küsschen und ich schaff's noch ohne Cliffhanger ja bis dann ihr Süßen Ciao